Das Bestattungsunternehmen Srayen ist ein über 65 Jahre bestehender Familienbetrieb. In unseren Standorten Boxmier und Kerk organisieren wir Bestattungen auf Basis von Respekt, Menschlichkeit und mit großer Anteilnahme. Hier werden Trauerfeiern und Beisetzungen durchgeführt, kann Ihr geliebter Verstorbener aufgebahrt werden und Sie finden umfangreiche Cateringsmöglichkeiten in geschmackvoll eingerichteten Räumen. Wir haben einen ausgezeichneten Service mit Auge fürs Detail. Durch den Einsatz von neuesten Techniken versuchen wir, mit der Zeit zu gehen. So können Sie bei uns Ihre Feier durch mehrere Kameras aufnehmen lassen. Dadurch haben Sie nicht nur die Gelegenheit, die Feier später noch einmal anzusehen, sondern Sie können auch die Bilder direkt in einem der angrenzenden Räume ausstrahlen. Sämtliche Beerdigungsangelegenheiten, wie zum Beispiel Überführung der Verstorbenen, Bereitstellen des Bestattungsleiters, Auswählen von Drucksachen und Traueranzeigen sowie die Bestattungsart selbst, liegen in unseren eigenen Händen. In Boxmier haben wir außerdem ein Trauerhaus, in dem Sie im eigenen Kreis so oft und so viel Sie wollen, Ihren Verstorbenen besuchen können. Bestattungsunternehmensreihen für einen harmonischen Abschied Mit regionalem Engagement, gastfreundlich und interessiert, angemessen. Ein Untertitelung. BR 2018